Musik Musik Aufgrund der langjährigen Erfahrung aus der westlichen Schulmedizin und den Kenntnissen der Naturheilkunde und traditionellen chinesischen Medizin ist Dr. Liebaug ein gefragter Experte. Bis zu viermal im Jahr tauschen er und seine Familie für einige Wochen den Wohn- und Arbeitsplatz in Thüringen gegen die chinesische Millionenmetropole Xinan in der Provinz Shandong. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.